Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terra. Wir sind auf dem Weg zum, äh, Feuerprobe. Da sollen wir irgendwie reinkommen, hinkommen. So, ist bestimmt schwer bewacht, ja, ja. Da steht ja schon einer. Oder, naja, oha, ist echt schwer bewacht. So, mal gucken. Da oben stehen ja noch welche. Na. Aber hier gab's ja auch Tunnel, ne. Komm mal, die Gefühle gerne erstmal den da oben aufschalten. Oder den erstmal. Warum stehen hier so viele, bitteschön. Na komm, wo bist du? Äh, ein Stück höher. Und du auch bitte weg? Na komm. Ne, doch nicht. Schade. Na, denn ich. Denn ich. Alter, hier unten wimmelt das von Posten. Das ist ja nicht mehr schön. Ja, ja, ja. Erstmal unbescheid da hochkommt. Machen wir mal ne Falle. Mal weiß ja nie, was hier noch kommt, ne. Na. Machen wir auch noch ne Falle. So. Hier kommen nicht hoch. Nicht rein. Shit. Das ist natürlich blöde, ne. Also müssen wir von hier unten, äh, von hier irgendwie. Gut. Ich weiß nicht, wie wir mit Feuer hier sind. Das ist doch doof. Jungs, es hat auch nur Feuer zu werden. Na. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ja, ja. Aufzuwerfen. Hä? Da war doch gerade mal. Oh. Ein bisschen hintereien. Da können sie mich nicht zutreffen, ne. So. Und der Dicke ist noch weg. Na, komm. Hey. Oh. Mit deinem Feuer. Hehehe. Oh. Jetzt hat er uns getroffen. Oh. Genau. Und jetzt hat er uns gesammelt. Und wir müssen noch mal hin. Ach, wir können auch feilen. So. Und jetzt müssen wir irgendwie rein. Warte. So, jetzt müssen wir irgendwie rein. Oder irgendwie die Tür, ne. War das nicht so? Okay. So, jetzt. Oh. So. So. Ich kann die Huberkette nehmen. Hilfe ich euch beim Bauch. War das nicht so. Ah, da steht noch einer. Moment, Moment. Kriege ich von hier nicht, ne? Das ist aber noch einer. Wo ist jetzt? Ich hoffe ich täusche mich nicht. Alles befestigt hier. Boah. Alter. Ich habe fast das Gefühl, dass das komische Bulle da, dieser Stier, den wir schon mal hatten. Mit Stufe 4. Dass wir den erledigen müssen. Dass der dazugehört. Dass wir ihn deswegen gleich die Token gekriegt haben. So. Probieren. Voll. Alter, wir sind schon fast rumgelaufen. Kommen wir nirgendwo hoch? Äh. 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 Wir sind einmal umsonst im Kreis gelaufen. Meine Füße tun weh. Ich hoffe diese Umbauten sind die ganzen Doppelschichten auch wert. Sicher nicht. Die Mauer wird repariert. Ja. Ein Nacht erwähnte, dass er so entkommen konnte. Genau. So sind wir auch reingekommen. Genau. Moment. Tarnung ist alles, ne? Erstmal die Jungs aufschalten. Er. Ja. Äh. Komm. Komm, mein Freund. Du auch. du 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 puedo tjoot gut der drinnen ist noch ein die immerste war auch noch Ich bin ja auch nicht zuerst den da hinten, oder? Mal so halbwegs ein Visier. Jetzt kommt der da oben runter, ja. 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 Oh. Hä? Ach, der geht. Teil B, oder was? So. Ja, voll. Hm. Gut bewacht. Da ist noch ein Schiss. So einfach kommen glaube ich nicht da hinten. Oder? Warte mal. Ja, ich weiß so. Hier. Ja. Ja. Hu 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 hu. Hu 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 hu. Ja. Käppig Bums. Sollten wir die ausschalten? Besser wär's, ja? Die wir so umherlaufen. Na? Keiner gesehen? Den ist gut. Den ist gut. So, dann kommt der nächste. Na? Gut. Die da oben würde ich auch gerne noch weg. Da unten ist noch was? Was blaues, ja. Müssen wir bestimmt später hin. Würde ich mal meinen. Moment. Versteckst du dich im Gestimmel? Ja. Dauert nicht lang! Hey! Mach mal wieder die Mütze auf hier. So gut gefallen sie mir erst mal. Noch nicht, die Sicheln. Keiner war auch täuschen. Versteckst du dich im Biss? Warum hat er mich überhaupt gesehen? So. Komm, bockt hier so rein? Ist da die Frage? Ist abgeschlossen, oder? Ja. Warte ist fokussiert. Ich muss einen Weg hineinfinden. Ja, eben. Da war ich doch gerade auch einen Weg. Also müssen wir hier unten, doch hier unten lang. Da ist noch einer drinne. Hallo! Keiner war da. Gut. Ah, doch. Ja, komm beide. Ja. Noch weiter, noch weiter hier. Ja, ich glaube wir sind hier damals da unten hin. Irgendwie gekommen, ne? Hä? Da ist zu. Was ist das von Scheiße? Na? Wo bist du? Wie kommen wir jetzt hier rein? Oder war das damals durch den Tunnel? Guck mal, hier kommen wir ja nicht durch. Dann machen wir die da oben auch gleich weg. Wenn wir schon mal hier sind und schon mal dabei sind, dann können wir die auch gleich wegmachen. Mal hier mal. Aber... So. Ein Schmittchen Schleicher. Hey. okay. Der ist aber gut weggewutscht. Den wäre gut. Ah, da unten noch. Moment. Die kriegen nur Punkte. Wollen wir uns doch gleich mal verteilen. Ja, also bis 400, ne? Für den Stiel. Oder Bohlen, würde man sagen. Das dauert noch Ewigkeiten. 70 Meter. Hier war doch was blaues da, ne? Aber das ist doch außerhalb, oder nicht? Das wäre natürlich... Der Turm im Hof könnte ein Weg hinein sein. Der Turm im Hof? Müssen wir da rüberspringen, oder was? Das kann sein, ne? Wir gehen hier mal über die Däche. Da ist noch einer. Grüße. Jo, das sieht so aus. Da wir hier. Und nicht da! Ich hoffe, ich komme wieder hoch. Äh... Hoch! Das ist ja... Hier wollte ich schon. Pling, Pling, Pling! Stimmt, ich glaube ja, stimmt. Jetzt kann ich mich wieder daran erinnern. Wir sind hier über den Turm gegangen. Und noch rüber gesprungen. Und noch rüber gesprungen. Da ist noch was. Ja, komm. Du bist der Letzte deiner Art. Wollt er hoch? Ja, hoch, komm. Wäre ja eklig, wenn wir jetzt hier nicht rüber kommen. Okay. Oh, ja. Äh... Ich glaube, hier müssen wir runternehmen. So, äh... Was sagt die Uhrzeit? Aber ich glaube, die können... Noch können wir rüber, ne? Uh! Ja, äh... Ach da. Äh? Äh? Ach so. Ey, die will sie anziehen. Spinnt er, oder was? Die steht auf dem Scheiterhaufen. Du kleiner, dicker Moppe. Wir werden dich töten. Kannst doch ich Schaas hier nicht töten, äh... Verbrennen. Gott persönlich wird dieser Zeremonie beiwohnen. Möge er den Unschuldigen seine unendliche Gnade zuteil werden lassen. Doch wenn jemand schuldig ist, der Lüge, der Verschwörung oder des Ehebruchs, möge sein heiliger Zorn diese verdorbene Seele treffen. Ich habe nichts zu befürchten. Du bist das Charles, der Gott um Vergebung bitten sollte. Na. Na? Lässt du das Feuerchen aus? Ich hoffe, wir müssen jetzt hier das Feuer löschen. Oh, ich weiß nicht. Ja, äh... Wir werden schon bald sehen, wer in Gottes Gunst steht. Ja, weiß nicht. Ha. Ich hoffe, es hat was gebracht, da wir die Feuer alle ausgeschaltet haben. Außerhalb. Evo. Mein Schutzengel nähert sich. Ja. Das ist kein Engel. Für meinen König und meinen Gott ist es an der Zeit, diesen Teufel zurück in die Hölle zu schicken. Du lebst? Tritt beiseite, Bischof. Dein Gott errettet Menschen nur einmal von den Toten. Hm. Für Engel Wien! Für die kleine Mutter! Für meinen Bruder Ibel! Ich werde die Welt von dir befreien! Auf dem Weg geschaffen! Der Herr hat mich geschockt! Ich bin sein Zorn! Ich glaube, du willst den Schmerz! Du genießt ihn! Ich will dich nur zur Hölle schicken! Und ob ich schon wanderte im Fenstertal, fürchte ich kein Unglück! Der muss man nicht. So. Wo ist er? Der ist es nicht. Oder? Hä? Haben ihn doch Vergiftung bestimmt. Okay. Huuu. Aber ist noch nicht zu Ende. Sie kriegt langsam heiße Füße. Na. Jep. Ja. Ja. Gott ist mit ihr. Doch. Feuer aus oder was? Höhöh. Ja. Ja. Sie ist eine Heilige. Uuuu. Oder was? Na? Ja. Da guckst, wa? Hm. Ja. 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 Ich will so'n Scheiß nicht weiterhören. So. Ich muss Bernat finden. Bernat ist in Sicherheit. Ich habe ihn zurück nach Lisojo geschickt. Wieder einmal warst du sein Werkzeug. Du verströmst Gottes Gnade, Ava. Du verwechselst Gnade mit dem Rausch des Sieges. Armer Bischof Gutzelin. Ich bete für seine Seele. Er diente dem Herrn so gut er konnte. Na gut. Ähm. Ich muss mit Charles reden. Und es könnte sein allerletztes Gespräch werden. Ja. Sie reißt die Augen auf. Er ist ein gequälter Mann, der als Kind gefoltert wurde. Er wurde wieder und wieder gebrannt. Sein Leben besteht aus Angst. Angst vor Feuer. Vor Gott. Vor Untreue. Er verdient Gnade. Garfodo will, dass ich Charles töte, damit er den Thron besteigen kann. Würdest du einen Mann töten, weil er den Kampf um seine Seele verlor? Noch vor einem Moment wollte er dich lebendig verbrennen. Was sollte ich deiner Meinung nach tun? Verschone ihn. Bändige ihn irgendwie. Ich kann ihn zu unserem abgelegenen Landhaus im Osten bringen, wo er geistlichen Beistand findet. Dort können wir in Ruhe leben, während ich Bernard auf die Thronfolge vorbereite. Ich versichere dir, er wird ein Herrscher ohne Ambitionen gen Englerland sein. Verschone Charles und deine Leute werden sicher sein. Mhm. Ja, mal gucken. Das überlege ich mir in der nächsten Folge hin. Weil wir haben die Zeit schon wieder erreicht. Ich bedanke mich fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich mich entscheide, ob wir Charles verschonen oder töten. Ja, mal sehen. Also, liken nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Weiterempfehlen nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bleibt gesund. Euer Terra. Tschaui. 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 Und dann sehen wir uns hin,